servus miteinander heute melde ich mich mal wieder mit einer kleinen video sequenz wie ihr wisst arbeite ich ja seit einiger zeit am nächsten buchprojekt bei dem es wirklich unheimlich zugeht damit das buch ein voller erfolg wird brauche ich die mithilfe von euch allen sehr viele menschen haben ungewöhnliches erlebt etwas von dem man nicht gerne spricht weil man ja sonst als spinner oder märchenerzähler hingestellt werden könnte doch genau solche geschichten suche ich habt ihr noch nie an jemand denken müssen und plötzlich klingelt das telefon und derjenige war am apparat hat euch noch nie jemand so sehr geärgert dass ihm etwas böses gewünschen habt und es ist dann passiert oder habt ihr noch ungewöhnlicheres erlebt dann schreibt mir eure erlebnisse als e mail an oberpfalzbuch at web.de keine angst alle zusendungen werden vertraulich behandelt und im buch so weit anonymisiert dass niemand befürchten muss dass man damit in verbindung gebracht werden könnte ich bedanke mich bei all jenen die mir bisher schon ihre erlebnisse mitgeteilt haben an dieser stelle möchte ich euch einen kleinen einblick in einige der geschichten geben die euch erwarten viele rückmeldungen die eingingen hängen mit dem tod von angehörigen zusammen da bleiben uhren stehen es bewegen sich gegenstände wie vom geister hand es werden stimmen gehört und so weiter einige berichte hängen mit träumen zusammen die sich einige zeit später bewahrheitet haben es gibt berichte über wünschler routengänger über unheimliche gestalten die sich im wahrsten sinne des wortes in luft auflösen und es gibt auch berichte über spuck erscheinungen und es gibt auch berichte bei denen menschen durch diese mysteriösen besucher verletzt wurden und nun meine bitte an euch teilt das video was das zeug hält damit es möglichst in der gesamten oberpfalz schnell verbreitung findet also ran an whatsapp instagram facebook und co und fleißig teilen nur mit eurer mithilfe wird es eine tolle sache die bisherigen antworten waren schon vielversprechend aber ich bin sicher da ist noch mehr drin mit eurer hilfe kann das buch so rechtzeitig hergestellt werden dass ihr nächstes jahr vielleicht ein wirklich gruseliges halloween erleben könnt also vielen dank erstmal und bis zum nächsten mal so Untertitelung des ZDF, 2020